Annie Kasprasack ist verschwunden. Ihre Eltern finden einen Brief in ihrem Zimmer. Dieser Brief enthüllt ein Geheimnis. Der Fall wurde als das Mädchen mit den roten Schuhen bekannt. Im Jahr 2012 alarmiert ein Mann den Notruf. Er fand einen Schuh in einem nahegelegenen Fluss. Dieser Schuh ragte aus dem Fluss heraus und war vom Blut überströmt. Annie K. geriet in eine Auseinandersetzung mit ihren Eltern. Nach einer Weile der Diskussion fordern sie ihre Eltern dazu auf, das Haus zu verlassen. Sie stürmt wütend aus dem Haus und das ist das letzte Mal, an dem sie ihre Eltern sahen. Die Mutter von Annie K. macht sich Sorgen, kann die Nacht kaum schlafen. Am nächsten Tag berichten die lokalen Nachrichtensender von einem Leichtfund. Die Eltern von Annie K. hatten das grausame Gefühl, dass es sich um ihre geliebte Tochter handelt. Sie gingen zum leichten Schauhaus und identifizierten die Leiche. Es war tatsächlich ihre Tochter Annie K. In dieser True Crime Folge heute beleuchten wir die tragische Geschichte von Annie K. einem Teenager, das eigentlich ihr gesamtes Leben noch vor sich hatte. Wir gehen darauf ein, wieso sie ermordet wurde, wer sie ermordet hat und wie man sie ermordet hat. Die herzerreißende Geschichte von Annie K. beginnt mit großem Leid und Schmerz. Annie K. erblickt das Licht der Welt am 10. Januar 1997. Als Kind wird sie misshandelt und in Pflege gegeben. Im Alter von neun Jahren wird Annie K. adoptiert. Sie war Studentin in ihrem ersten Studienjahr an der Summit Academy in Drapa, Utah. Zum Zeitpunkt ihres Todes im Alter von 15 Jahren wird Annie ermordet. Man findet ihre Leiche im Jordan River, flussabwärts. Berichten zufolge sah man, wie Annie K. am 10. März 2012 das letzte Mal aus ihrem Haus ging. Ihre Adoptiveltern reichten bei den Behörden von Utah eine Vermisstenanzeige ein, da Annie K. noch minderjährig war und über Nacht nicht wieder nach Hause kam. Am nächsten Tag wurde Annies tödlich verletzte Leiche von den Behörden Utahs gefunden. Dem Autopsiebericht zufolge erlag Annie mehrere stumpfen Gewalteinwirkungen und einem Schädelbruch. Alles weist darauf hin, dass sie kaltblütig zu Tode geprügelt worden ist. Am 11. März 2012 entdeckt ein Jogger auf einer Brücke über den Jordan River in Utah einige Blutspuren und einen roten Schuh. Die Blutspuren auf der Brücke waren nicht zu übersehen, da die Spuren groß waren. Der Mann alarmierte sicherheitshalber die Polizei. Im Telefonat kann man hören, wie er sagt, dass er sich nicht sicher ist, ob es sich um menschliches Blut handelt. Leider stellen die Polizisten fest, dass es sich nicht um das Blut eines Tieres handelt, sondern um das Blut von der Leiche, die man flussabwärts fand. Das war der Anfang einer großen Suchaktion. Als die Ermittler mit der Suche beginnen, dauert es nicht lange, bis sie die Leiche im Fluss abwärts entdecken. Nach den Aussagen der Ermittler war es ihnen nicht sofort möglich, die Leiche zu identifizieren, da das Gesicht des Mordopfers entstellt und aufgequollen war. Die Leiche hatte nur einen Schuh an, dieser war genauso blutüberströmt wie der Schuh, den man zu Beginn der Suche fand. Das Gesicht der Leiche war von stumpfer Gewalt geprägt und der Schädel wies eine Fraktur auf. So auch laut Autopsiebericht. Die linke Gesichtshälfte war zertrümmert, die Nase war nicht nur gebrochen, sondern komplett in das Gesicht hineingeschlagen worden. Das Gesicht war förmlich entstellt, alles Indizien für einen grausamen Mord. Autopsienberichten zufolge lag die Leiche über Nacht im Fluss, das trug auch dazu bei, dass die Leiche aufgequollen war und die Beamten nicht sagen konnten, ob es sich um die vermisste Annie K. handelt. Die Beamten, die Annies Leiche fanden, waren entsetzt, denn das war alles andere als gewöhnlich für die Ermittler aus Jutta. Der Ausmaß an Gewalt war so deutlich an der Leiche zu erkennen, dass es jeden Ermittler schockiert hätte, auch diese, die nahezu täglich mit Leichenfunden zu tun haben. Ein leitender Beamter, der Ermittlungen im Mordfall von Annie K. betrieb Suizid. Laut den Aussagen seiner Frau konnte man Derek ansehen, dass er von dem Fall von Annie K. emotional sehr mitgenommen war. Natürlich verriet er seiner Frau keine Details, da es sich zu dem Zeitpunkt noch um eine laufende Ermittlung handelte. Seine Frau erzählt, dass Derek in dieser Zeit der Ermittlungen kaum zu Hause war. Sie beschreibt den Druck und den Stress, den Derek empfand, mit einem Ergebnis, das sie zu Hause miterlebte. Laut ihres Interviews bei KSL sagt sie, dass er nur vier Stunden schlief, sehr erschöpft war und wenn er nach vier Stunden Schlaf aufwachte, hatte er 90 Nachrichten auf seinem Handy. Letzten Endes konnte Derek mit der schrecklichen Situation nicht umgehen und starb an einem Autounfall, das er selbst verursachte. Als die Eltern des Mädchens im Leichenschauhaus ankamen, konnten sie ihre geliebte Annie K. sofort identifizieren. Damit war der Fall für die Ermittler klar, Annie K. wurde ermordet. Ihre Eltern waren von den Schuldgefühlen, die sie wegen ihrer hitzigen Diskussion hatten und von der Trauer um ihre Adoptivtochter übermannt. Zu all diesen Tatsachen kamen nur erschwerend hinzu, dass die Mutter einen Brief entdeckte, den Annie K. schrieb, bevor sie das Haus verließ. In dem Brief schildert sie ihren Eltern ihre emotionale Verfassung und die Motive dahinter. In dem Brief schrieb sie, dass sie vorhatte, die Stadt zu verlassen und ein neues Leben anzufangen. Dabei ginge es nicht um ihre Eltern oder die Diskussion, die sie vorher hatten, sondern um Annies Schuldgefühl. Annie K. fühlte sich schuldig, da sie ihre Freunde damit belog, dass sie schwanger von ihrem Freund Christopher Backshaw sei. Sie erklärt ihr Handeln damit, dass sie selbst nur schreckliche Erlebnisse aus ihrer frühesten Kindheit wiedergeben kann, da sie ja misshandelt worden ist. Sie wollte unbedingt eine eigene, stabile Familie haben, mit der sie all die schlimmen Dinge nicht macht, die ihr widerfahren sind. Annie K. beschrieb auch, dass sie ihre Eltern liebt und bat darum, nicht nach ihr zu suchen, da sie nicht gefunden werden wollte. Als die Mutter Veronica Kasperzak den Brief ihrer geliebten Adoptivtochter fand, rief sie sofort den Freund von Annie K. an und fragte ihn, ob er etwas von diesen Plänen wissen würde. Darwin, der Freund von Annie K., erklärt der Mutter, dass er davon wusste. Er sagt ihr, dass er sie versucht hatte zu überreden und dass er sie seit der Party bei Spencer nicht mehr wiedergesehen hat. Als die Mutter von Annie K. die Briefe ihrer Tochter und ihre Tagebucheinträge den Ermittlern übergibt, entscheiden sich die Ermittler zuallererst den Freund des Mordopfers zu vernehmen. Darwin wurde im Beisein seines Vaters verhört, da er zum Zeitpunkt der Verhörung 14 Jahre alt war. Er erzählte den Beamten, dass er Annie das letzte Mal im Haus seines Freundes Spencer sah. Sie waren beide in der Nacht ihres Verschwindens, zuvor auf der Party von Spencer seinem Freund zu Gast gewesen. Die Beamten sprachen Darwin auf die angebliche Schwangerschaft von Annie K. an. Dazu sagte er, dass Annie nicht schwanger ist und dass er im Gegensatz zu einer gewissen Person nur einmal Geschlechtsverkehr mit Annie K. gehabt hatte. Laut seiner Aussage hatte Annie K. einen älteren jungen Mann kennengelernt, mit dem sie regelmäßig Geschlechtsverkehr gehabt haben soll. Der Name des jungen Mannes ist jedoch Darwin unbekannt geblieben. Er kannte nur den Spitznamen LJ. Als die Beamten ihn nach näheren Details wie Aussehen, Wohnort und Alter befragten, konnte er keine Angaben machen, da er LJ nie zuvor gesehen hat. Er erzählte auch, dass Annie Nasenbluten hatte und ein Tropfen Blut auf seinem Schuh landete. Nach der Party sei er von dort aus zum Haus seiner Oma gelaufen, das 25 Minuten zu Fuß entfernt war. Nach einer kurzen Zeit später, als er im Haus seiner Oma war, entschied er sich noch einen Freund zu besuchen, der nicht weit entfernt von seiner Oma wohnte. Als er an der Tür des Freundes stand und seinen Freund zu Hause nicht antraf, entschied er sich dazu, wieder zum Haus seiner Großmutter zurückzukehren und schließlich verbrachte Darwin Beckscher laut seiner Aussage die ganze Nacht bei seiner Oma und seit dieser Nacht hat er Annie nie mehr wiedergesehen. Die gesamte Vernehmung verhielt sich Darwin Beckscher wirklich auffällig. Hier in diesem Video kann man sehen, dass er an der Lehne lehnt und sich mit seiner Körperhaltung klar von den Beamten, der ihn befragt, distanziert. Außerdem gestikuliert er fast gar nicht. Stattdessen kann man sehen, wie er sich an den Armlehnen festhält. Jedoch fanden die Beamten bei der Durchsuchung seines Hauses keine Hinweise darauf, dass man Darwin Beckscher mit dem Mord in Verbindung bringen könnte. Nachdem die Beamten das Haus von Darwin durchsuchten, erteilte ihnen das Gericht die Erlaubnis für eine Hausdurchsuchung bei Spencer. Die Ermittler mussten die Aussage von Darwin überprüfen und suchten sowohl im Zimmer von Spencer nach Blutspuren als auch im Flur Richtung Badezimmer. Doch die Hausdurchsuchung und die Befragung der Ermittler verlief ins nichts. Keine Hinweise, keine Spuren und auch keine Verdächtigen. Spencer, der Freund der beiden Teenager, bestätigte die Aussage von Darwin, dass Annie mit ihrem Freund bei ihm zu Hause waren und auch, dass Annie Nasenbluten hatte und ein Tropfen Blut auf dem Schuh von Darwin landete. Zwei Tage nach dem Leichenfund meldet sich ein Mädchen namens Jo-Anne, die eine Aussage machen will, doch als Voraussetzung für ihre Aussage bittet sie um Strafminderung. Jo-Anne ist eine Freundin von Annie K. und war schon wegen Kreditkartendiebstahls Polizei bekannt. Sie erzählte den Ermittlern, dass Annie Geschlechtsverkehr mit LJ hatte und das war offensichtlich, denn alle Gäste der Party konnten das mit anhören, da der Akt angeblich laut gewesen sein soll. Nach dem Geschlechtsverkehr kamen Annie und LJ aus dem Zimmer und John, ein Freund von LJ, erwartete Annie vor der Tür. Er soll sie auch nach Geschlechtsverkehr gefragt haben, jedoch verneinte Annie schüchtern und daraufhin war John in seinem Ego gekränkt. Er packte Annie an den Hals und schlug ihren Kopf gegen die Wand und LJ, der noch einige Augenblicke vorher Geschlechtsverkehr mit Annie hatte, schlug auch auf Annie ein. Gemeinsam prügelten LJ und John Annie angeblich zu Tode, luden ihre Leiche in das Auto von John und entsorgten sie im Fluss und zwangen am nächsten Tag, Joanne dazu, ihnen zu helfen, die Spuren im Haus zu beseitigen. Joanne erzählte den Beamten, dass sie am nächsten Tag die Wände gestrichen haben, Türen repariert und einen neuen Teppich verlegt haben. Nach dieser Aussage von Joanne machten die Ermittler John als den vermeintlichen Täter ausfindig. Es stellte sich heraus, dass John mehrere Akteneinträge wegen Drogendealens hatte. Bei der Vernehmung stritt John alles vehement ab und behauptet sogar Annie K. und LJ nicht zu kennen. Er war in Rage vor Wut und betonte ständig, dass er wirklich nichts mit dem Mord an Annie K. zu tun hat. Die Beamten durchsuchten sein Haus und stellten fest, dass die Wände frisch gestrichen waren, der Teppich neu verlegt wurde und die Türen tatsächlich repariert worden sind. Das alles waren Gründe, um ihn in Untersuchungshaft zu nehmen. Denn laut der Aussage von Joanne wurde die Renovierungsarbeit nur deshalb betrieben, um die Spuren des Mordes an Annie K. zu beseitigen. Während der Haftzeit von dem angeblichen Mörder gleichten die Forensiker die DNA-Spuren mit den Spuren, die in dem Haus von Joanne ab. Was kurz darauf passiert, ist ein Schock. Die Laborergebnisse belegen, dass keinerlei DNA von dem angeblichen Täter John mit dem DNA des Mordopfers in Verbindung stehen. Sowohl die Familie des Mordopfers als auch die Ermittler erlebten dadurch einen herben Rückschlag. Denn seit dem Mord war zu diesem Zeitpunkt bereits ein Jahr vergangen. John ist offensichtlich nicht der Täter. Doch wieso macht Joanne eine solche Aussage, die die Ermittlung um ein Jahr verzögert hat. Natürlich hatte die Falschaussage Konsequenzen für Joanne. Sie gab zu, dass sie alles erfunden hat. Sie wollte John einfach Schaden zufügen. Denn John erlaubte Joanne nicht mehr, an seinen Drogendeals teilzunehmen. Nun standen die Ermittler wieder da, vor einem Haufen nichts. Die Falschaussage von Joanne verzögerte die Ermittlung um ein Jahr. Ein Jahr mehr, in dem die Familie von Annie K. mit dem Leid und der Ungewissheit über den Tod ihrer geliebten Tochter umgehen mussten. Da die Ermittler im Fall von Annie K. keinen Schritt nach vorne gemacht hatten, entschieden sich die Ermittler dazu, alle Beweise noch einmal gründlich zu untersuchen. Bei der erneuten Zeugenaussage entdeckten die Ermittler etwas sehr interessantes. Es ist ein Wunder, dass die Ermittler dieser Spur nicht zuvor genauer auf den Grund gegangen sind. Der erste fundierte Hinweis ist die Zeugenaussage eines Mannes, der jemanden mitten in der Nacht am Jordan River sah. Das Interessante an seiner Aussage ist folgendes. Er sah wie ein junger Mann über die Brücke gelehnt nach unten in den Fluss schaute. Laut dem Zeugen war das äußerst merkwürdig. Denn es sah fast so aus, als würde der Junge jede Sekunde in den Fluss fallen. Der Mann blieb aus Sicherheitsgründen stehen und beobachtete den Jungen. Endlich nahm die Ermittlung ihren Lauf. Doch wirklich hilfreich wurde die Aussage, als die Ermittler die Personenbeschreibung anschauten. Der Zeuge beschrieb einen Jugendlichen. Seine Haare ging etwas über die Ohren, seine Haare waren zerzaust und seine Statur war schmächtig. Diese Zeugenaussage veranlasste die Ermittler dazu, den Freund des Mordopfers noch einmal zu vernehmen. Jedoch gestaltete sich die Vernehmung des jungen Mannes schwieriger als erwartet. Darwin Beckscher ist weggezogen. Der Umzug von Darwin Beckscher verzögerte die Ermittlung wieder weiter um einige Zeit. In der Zwischenzeit entschieden sich die Ermittler dazu, das beschlagnahmte Handy von Darwin Beckscher, Annie Carr und Spencer wieder zu überprüfen. Sie untersuchten Anruflisten der Handys und entdeckten in der Anrufliste von Annie Carr einen Anruf mit unbekannter Nummer. Die Ermittler gingen dann davon aus, dass es sich bei der unbekannten Nummer um L.J. handeln müsste. Doch es stellte sich heraus, dass Spencer und Darwin gelogen hatten. Die Beamten befragten Spencer noch einmal und dieses Mal gab er zu, dass er nicht gesehen hatte, dass Annie Carr aus der Nase blutete. Er sagte, dass Darwin ihm das erzählt hat und er es blind geglaubt hat. Danach untersuchte man die Telefondaten der Großmutter von Darwin. Es stellte sich heraus, dass die Oma versuchte, Darwin zu erreichen. Das ereignete sich in der Nacht des Verschwindens von Annie Carr. 47 Minuten danach versuchte Darwin, sich bei seiner Oma zu melden. Den Ermittler war klar, dass Darwin zur Tatzeit nicht bei seiner Großmutter im Haus gewesen sein kann. Endlich ging der Fall wieder nach vorne. Bei der erneuten Befragung von Darwin Beckscher konfrontierten ihn die Ermittler mit der Tatsache, dass er zur Tatzeit nicht im Haus seiner Großmutter war und auch damit, dass die Geschichte mit dem Nasenbluten nicht stimmt. Die Ermittler stellten sogar fest, dass die unterdrückte Nummer zu Darwin gehörte. Die Ermittler befragten Darwin Christopher Beckscher. Nachdem sie ihn konfrontierten und dieses Mal erzählte er den Ermittlern die ganze grausame Wahrheit. Darwin gab zu, dass es LJ gar nicht gibt. Er nutzte die erfundene Person LJ dazu, seine Tat zu verbergen. Die Person LJ erfand Annie Carr, um ihren Freund Darwin eifersüchtig zu machen. Die Ermittler wiesen auch nach, dass Darwin Spencer eine Textnachricht zuschickte. In dieser Nachricht bat er seinen Freund Spencer darum, seine Geschichte mit dem Nasenbluten zu bestätigen. Außerdem schrieb er auch, dass er sich am Jordan River befindet. Er bat Spencer auch darum, das zu verbergen. Endlich setzten sich die Teile zusammen. Die Polizei durchsuchte erneut das Zimmer von Darwin und entdeckte in seinem Papierkorb eine zerrissene Notiz. In dieser Notiz hielt Darwin den zeitlichen Verlauf fest von der Nacht des Verschwindens von Annie Carr. Er beschrieb sogar, welche Kleidung sie trug. Darwin wurde wegen Mordes, ersten Grades und wegen Behinderung der Justiz verklagt. Zu Beginn wollte man ihn nur zu drei Jahren Haft verurteilen, da er zu der Zeit, als er Annie Carr tötete, 14 Jahre alt war. Doch der Richter setzte sich dafür ein, Darwin wie einen Erwachsenen vor Gericht zu behandeln. Schließlich muss Darwin Beckshaw 15 Jahre Haft verbüßen. Man ermittelte im weiteren Verlauf der Ermittlung den Standort des Handys, von dem aus Darwin in der besagten Nacht telefonierte. Es stellte sich heraus, dass Darwin Christopher Beckshaw nur wenige Meter vom Tatort entfernt war. Vor Gericht erzählte Darwin trotz all dem nicht genau, wie er Annie Carr ermordete und warum. Im Gefängnis freundete sich Darwin mit einem Insassen an. Ihm erzählte er genau, was in der Nacht passiert war. Darwin und Annie Carr trafen sich mitten in der Nacht an der Brücke mit der Absicht, die Stadt zu verlassen und ein neues Leben anzufangen. Darwin ging zum vereinbarten Ort, bewaffnet mit einer Schaufel. Ohne Vorwarnung schlug ihr Darwin ins Gesicht, bis Annies Gesicht entstellt war. Und als sie am Boden lag, trat er so oft auf sie ein, bis sie sich nicht mehr wehrte. Danach warf er sie in den Jordan River. Das Traurige an dem Tod von Annie Carr ist, dass es sich nur um ein Mädchen gehandelt hat, die gerne eine eigene Familie gehabt hätte. Wenn du die Folge bis hierhin angeguckt hast, dann bitten wir dich, abonniere spätestens jetzt unseren True Crime Kanal Indie Entertainment.